Hallo und herzlich willkommen zurück zur Puzzle SBC Toddy Challenge vom, was ist heute, der 12.1. Heute ist es mit Holländern. Ich habe mich entschieden für einen holländischen Mix. Fünf Spiele aus Holland. Und dann ein bisschen geschaut, was mir fehlt. Ich hatte keinen holländischen Torwart. Habe mich dann für unerstell entschieden. 950 kostet er tatsächlich, weil er eben in der SBC gerade gestiegen ist. Calabria habe ich Erstbesitzer gemacht. Ich habe fast nur Erstbesitzer drin. Baumgartel Erstbesitzer, Hinterecker Erstbesitzer, Bernardo Erstbesitzer, Aiting Erstbesitzer, Lazari 850, Rosario Erstbesitzer, Gosling Erstbesitzer, Luis Araujo Erstbesitzer, Cutrone Erstbesitzer. Also, ihr schaut einfach. Ihr müsst euch ja mittlerweile, ich habe 400 Spieler im Team oder so. Ihr müsst jetzt einfach schauen, dass ihr fünf aus der holländischen Liga nehmt und dann schaut, hier braucht ihr ein Dreieck. Da schaut ihr dann auch, ob ihr Italiener nehmt oder Deutsche oder Argentinier. Irgend so eine Sorte. Dreier-Pack. Hier neben, wir müssen Zweier sein, die sich so ein bisschen verlinken. Die Nation muss halt dasselbe sein, aber es ist scheißegal, in welcher Liga die spielen. Wenn ihr ein bisschen mehr Teamchemie haben wollt, dann braucht ihr natürlich zum Beispiel hier einen französischen Linksverteidiger aus, einen brasilianischen Linksverteidiger aus Frankreich. Aber nur, wenn ihr Erstbesitzer macht. Weil ich habe ja bis auf zwei Spieler alles Erstbesitzer. Heißt, wir würden neun Teamchemie fehlen. Dann müsstet ihr halt hier gucken, dass ihr die Ligen gleich habt. Hier vorne noch ein Italiener aus der italienischen Liga. Da hättet ihr noch zwei Chemie mehr. Hier, die könnt ihr nichts machen. Hier, das ist jetzt ein Random-Spieler. Da könnt ihr natürlich auch einen Brasilianer aus Frankreich machen. Dann würdet ihr auch nochmal Teamchemie hochgehen. Dann hättet ihr es auch genauso geschafft. Ihr braucht eher, die wir sind mindestens ein. Ich habe vier. Ich spiele aus derselben Liga maximal fünf. Ich habe vier. Ich spiele aus einem Verein mindestens drei. Selten mindestens einer. Team Gesamtwerk 77 und Teamchemie 80. Macht ein Prime-Electrum-Spieler-Pack. Easy geholt. Let's go. Mal gucken, was wir heute für einen Schrott ziehen. Wie in letzter Zeit ziehen wir ja wirklich nur Schrott. Deshalb, ich mache mir kaum Hoffnung. Und ich habe jetzt mal wieder... 14... 16 Sieg geholt in der WL. Geil. So zwölf Stück sechs selten. Bleib dabei. Seitdem die Tottis da sind, gibt es keinen Walkout mehr auf dem Kanal hier. Wieder nur ein 81 als das Beste. Das ist... Das ist... Das ist... Unterer Durchschnitt. Wir machen jetzt gleich noch eine SPC. Deshalb. Abonniert den Kanal. Liked das Video. Und haut rein in die Tasten. Bis zum nächsten Mal. Das war ja wieder Mist.